Heute mache ich mal Waschmittel selber. Was total wichtig ist, wenn ihr ohne Plastik oder Zero Waste leben wollt, behaltet alte Verpackungen, weil ihr braucht immer was, wo ihr was reinfüllen könnt. Und es macht keinen Sinn, alle Verpackungen neu zu kaufen oder sich Glasflaschen oder was weiß ich Wegläser zu kaufen, wenn man den ganzen alten Scheiß eh noch hat. Und wenn ihr das nochmal 5-6 Jahre benutzt, habt ihr es halt nicht direkt weggeworfen. Also, heute selbstgemachtes Waschmittel. Ab geht's! Bis zum nächsten Mal.